Mal gucken wie unser Kaukse aussieht. Rein damit. Du kommst da. Wie viel Geld hab ich gar nicht mehr? Oh, Drachengriffe. Dritter Hammer. Die zwei auf jeden Fall. Ah, ich kann da hin. Nie. Verkaufen. Und gleich mal zur Mithrilmine. Und letztlich Holz. Ah, ich nach. Ich brauchte doch gleich noch ein bisschen Einkaufsmaterial. Ah, ich nach. Ah, das wenn man nicht 100% mit denkt. Ah. Kann ich eigentlich gleich kuscheln. Ich hab keine Blumen. Ja, ich hab keine Blumen. Ja, ich hab keine Blumen. Ja, ich hab keine Blumen. Ich hab keine Blumen. Ja. Nein, ich hab keine Blumen. Ich hab keine Blumen. Das. Das ist ein, das wird ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Die Wärme bleibt im Stahl, die kühlt nicht so schnell ab. Und wir haben Kundschaft. Und den Magiestab kaufen? Angebot, nur 1500 Münze. Ne, habe ich nicht. Und ich muss weiter schmieden, tut mir leid, keine Zeit schon spielen. Eisen wird galt. Das Ganze, glaube ich, verstehen. Troll beschäftigt. Wir haben hier schon mal mehr, machen wir noch eine Kante, das ist schon mal schön. Mit dem richtigen Material brauch ich ja nicht mehr nachzuhitzen. Das ist doch schon Luxus. Ah, ich glaube, es ist jetzt mal eine kurze Nachwärmer, muss man sagen. So, da machen wir schöne Schwertchen mit. Wenn doch der aus der Ampers Larve rauskommt. Sollte nicht der Ampers, dann hat noch Halbschmelzen dabei. So mal eben rein hypothetisch. Ah, ich glaube, er versteht hier mein Denken, hoffe ich. Ach cool. Chill out. Big world. Und, ja, perfekt. Feier. Ich brauche die Kräfte, dann machen wir mal Alphenbein und ein Pümmel, oh, Drache laufe ja natürlich. Nein, die machen aus Basalt. Kauf. Ah, den nächsten Daumenschutz hat ich hier, jawohl. Das ist ein Kristall, der uns gleich weiterbringt. Mach schon mal den Schliff. Das Schwert ist nicht fertig, aha. Oh, müssen warten, bis der Griff ankommt. Ah, ich habe mal aus dem Wald bestellt, dann dauert das ja nicht so lange. Das ist nicht so lange. Das ist nicht so lange. Das ist nicht so lange. Und wiedersehens. Ja, jawohl. Bezahlungen kommen dann nicht mal an. Nicht mehr nur die lausigen Beträge. Sechs Sekunden. Dauert so lange. Oh, meine Lieferung ist verwagt. Ich würde doch lieber erst mal in der Lieferung. Wie ist das? Jetzt gucken wir, ob der Karten vor allem... Äh, Dinge sind. Wie Klaue ist das also? Okay. Also das sind die einzige Dinge, die ich... Also billige sorgt für Effekt, der zweite sorgt für Kraft. Ähm, Bot holen. Bot ist dann mein Effekt. Und damit bitte ich... Der Kölsch wird dann mein Träger sein. Also er wird dann die Stärkes, er ist er repräsentiert. Oder war das denn Erz? Nicht Gott, so war das Erz. Das war ein Coldrun-Altern, kein Artefakt. Oder kann ich? Ah ja. Versuche mal auf diese Art und Weise. Und endlich mal um. Um. Village? Man hat mich belogen und betrogen! Okay, wo ist sowieso immer, Kräfte Karten, eh? Was haben wir hier? Magie! Zurück! Schmiede! Getan! Das bedeutet wieder warten. Wo sind meine Materialien hin? Ach, weiß, wir machen einfach eine Expedition jetzt zur Mitril-Mine. Opa! Nein! Ja! Ich sehe doch da was liegen. Was haben wir hier? Ein Knöbel! Zwei davon! Oh! Oh! Das wird jetzt ein bisschen hin und her gegangen mit unserem Tempo. So! Ergatterung Nummer eins und zwei sind schon identifiziert. Zwei mal die Style-Show. Das Buch wird mich wohl verraten worum es geht. So! Ablagern! Einmal hier in der Seitenschacht rein. Mal gucken, was es hier gibt. Grünzeug, das gefällt mir nicht. Sollte doch nicht so durchwacht, äh, durchwuchert sein hier. Aber da sehe ich doch was liegen. Schau mal da. Mitgelacks! Ja, da sind wir doch schon reich. Das kann uns hier, äh, da können wir ja nicht mehr verletzt werden. Kennt ihr doch die Stärke von Mitril von Haar der Ringe, Hobbit. Kein Schwert wird das penetrieren können. Wie wärst du mit Mitril of Mitril? Uh, Theorie. Ja, jetzt gibt er noch eine Seitenschacht. Da gehen wir mal rein. Äh, dafür musste ich auch. Nein, du was, nee, das ist nur dekorativ. Ja, kommt der Wind durch. Ja, Kristall. Jetzt gucke, bevor ich euch was sage, ist das hier nur ein Zirkel? Oh, ja, Mitril, die Rf. Ist es jetzt ein... ...unendliches, dann wäre... ...oder nur fünf Stück, sechs? Man ist erschöpft. Also... ... ... ... ... ... ... Ich habe noch was mehr wie Mithril hier. Kohle? Okay, Kohle haben wir aber. Okay, aber Mithril nehme ich mir noch mit. Leute, tut mir leid, wenn jetzt ein bisschen hin und her gelaufen kommt, aber das Mithril kommt mit. Nee, da kann ich nicht. Ich bleibe dafür, ich mache Schade. Ich kann euch nicht wechseln, so, ne? Jetzt scroll. Frag ich mich wohl, was das eine Block ist. Oh, da ist der Pick-Item. Okay, warte. Wenn das so ist, dann nehme ich direkt all die vier Teile mit. Hier werden die deponiert. Ich brauche wenigstens zu laufen und wir können mehr Mithril haben. Jawohl. Und dann müssen wir sicher über den Vatadi alles rauswerfen. Das ist ja noch eine schöne Mithril einfach. Das ist so viel. Fahne ich mir noch zwei Infantare voll? Ja, da habe ich drei Mithril-Sperte, die wir machen können. Schau dir mal vor. So eine schöne Qualität. So eine schöne Farbe. Ne, du Mithril-Picke. Da bist du sicher froh, dass du deine Gesellschaft hier siehst, ne? Deine Herkunft. Deine Herkunft. Ist diese Art eigentlich erschöpfbar? Würde ich mich drüber interessieren. So, Inventar voll. Dann nehme ich noch einmal Kohle aufnütz. Dann lohnt sich jetzt ja. Gratschkohle ist Gratschkohle. Brauche ich da nicht bei zu kaufen. Und dann hammer ich mir noch einmal den Inventar voll. Dann haben wir erstmal Betriebe für drei Schwerter. Da wird sich Kasse und Buchhaltung feuer. Schöne Mithril-Schwerter. So, letzter Lauf. Letzter Lauf. Letzter Aus- bis zum Schluss auf jeden Fall. Bezusehkohle ist. Bezusehkohle ist. Die Schwerter, bezusehkohle ist. Bezusehkohle ist. Bezusehkohle ist. Und einmal Kohle. So, da muss ich sagen, das sind bis jetzt die beste Tausend. Das kann ich nicht, das nehme ich mit. Sieht aus wie ein ekelhafter Wurm. Schön, auch noch leckeren ekelhafter Wurm mitgenommen hier, verreut sich ja doch jeder. Lass mich durch, ein Schmied. So. Eine Kackraupe nennt man das. Sieht aus wie Kacko und ist geformt wie Kacko. Aber ist noch open. So. 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 So.